Uhuhuhu Tja hallo und jetzt willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, für alle die jetzt gedacht haben beim letzten Video, ich meine es gab ja auch ein paar D-Abos, dass ich kein Content mehr bringe, das ist völlig verkehrt. Die muss ich jetzt leider enttäuschen, beziehungsweise für die einen, die es für die einen oder anderen freut es vielleicht auch. Ja, ich habe eine kleine Stilveränderung gemacht, wie man sieht, ja, viele werden sich jetzt denken, what the fuck, was hat der gemacht? Ne, was heißt eigentlich Stilveränderung? Ich habe mal so einen kleinen, ah, ne, das war so ein, ja, wie soll ich das sagen, viele würden jetzt sagen, das war so eine Phase von mir, ja, also ich sah schon mal so aus, ich sah eigentlich schon ganz, ganz lange so aus und ich dachte mir, ja komm, lass jetzt einfach mal auf, mach es wieder. Deinem Alter entsprechend und ich meine, hey, meinem Idol Kevin James sehe ich doch immer ähnliche, oder? Ich meine, ja, da abert es vielleicht noch ein bisschen, aber es kommt eigentlich schon ganz gut hin. Ja, warum ich dieses Video eigentlich mache, natürlich nicht, um meine Stilveränderung jetzt vorzustellen, das wäre ja auch ein bisschen kindisch, finde ich und auch ein bisschen langweilig. Ich wollte eigentlich mal sagen, ich habe ein Video vorbereitet, ein Avenger Talk, ja, für die, die es vielleicht freuen würde, ne, es kommt auf jeden Fall ein Avenger Talk jetzt wieder, nach langer, langer Zeit. Und zwar gab es bei dem letzten Video ein paar Hater-Kommentare von einem und dem selben Typen und da haben mich auch so viele von euch verteidigt, auch Falkenlover, der neu dazu gekommen ist, der hat mich glaube ich nicht abonniert, weiß ich nicht, ist auch völlig scheißegal, auf jeden Fall auch vielen Dankeschön an ihn. Und da gab es halt so ein paar Punkte, wo wir ein bisschen bitter aufgestoßen sind. Was heißt bitter? Ich habe mich eigentlich erstmal gar nicht so dafür interessiert. Ich habe dann ein Kommentar geschrieben, ein langes Kommentar, was bezüglich dieses von wegen, wegen dem Drachenlord und so und da hat er dann geschrieben, ja, wäre schön gewesen, wenn ich auf was anderes eingegangen wäre. Auf jeden Fall, ich hoffe, mit diesem Avenger Talk werde ich alle Fragen von dir beantworten, falls du das Video überhaupt zuschaust und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe auf die Reaktionen von euch und ja, das war es eigentlich auch schon. Es ist ein relativ kurzes Video, ich habe ja gesagt, die werden immer mal ein bisschen kürzer ausfallen, nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, ich hoffe, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine und ich würde einfach mal sagen, danke für die Aufmerksamkeit in jeglicher Form und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann. Nee, natürlich nicht. Hier werden jetzt noch ein paar Videos eingeblendet, also ein paar, hier wird das letzte Video eingeblendet, für die, die jetzt gar nicht wissen, von was ich überhaupt labere. Da ist natürlich wieder meine Frage zum Abonnieren, für die, die neu sind auf meinem Channel und die denken, boah, alter, cool, eigentlich gar nicht mal so verkehrt, was ihr da baut. Und ja, natürlich auch mein Let's Play Channel, wo es demnächst wieder mit The Walking Dead Season 3 weitergeht und ich würde mich auf jeden Fall auf euch freuen. Bis dahin würde ich sagen, see you next time, euer Avenger, haut rein, bis dahin, servus, alter, schmierig. Und ja, natürlich auch mein Let's Play Channel, wo es dir geht, bis dahin, servus, alter, schmierig.